hallo ist martin von money monkey ist das die dachsanalyse für nun freitag den 16 juni 2023 damit vorfallstag und zum donnerstag hat sich unser kreiselt hier erstmal kaosal weiter gedreht unser dachs altbekannte runden abgelaufen eigentlich im vortag ist nicht ganz im vortag niveau geblieben ist sogar darunter gewesen ist sogar darunter gewesen wir hatten gestern gesprochen üblicher dachsverlauf donnerstag was ich mir vorstellen könnte was typischerweise dran wäre wie ich traden würde gegenstand war insbesondere um die zonen um 365 400 wo ich gesagt habe da würde ich auf eine rote stundenkerze achten um das eben an zu traden oder hier unten wenn er hier die 22 22 200 also wenn ihr einfach drunter macht 220 200 ausloten von dort eine grüne stundenkerze stellt dann für long wäre das für mich interessant gewesen oben hat er gar nicht angespielt dafür aber unten das hat auch ganz gut geklappt also da war glaube ich wenn ich das jetzt so richtig im blick habe wenn man danach der grünen stundenkerze reingegangen ist ich glaube da waren keine fünf minuten im minus der ist oder also es hat sich so angefühlt wie ich will jetzt kein quatsch erzählt aber ich glaube es hat sich so also es war ich glaube das war keine fünf minuten im minus gewesen und dann hat er direkt weiter nach oben durchgezogen und eigentlich gut mitgespielt ist wieder hoch an die 300 330 zurückgelaufen das hat eigentlich ganz gut reingepasst der obere bereich fehlt halt noch so das können jetzt zum donnerstag noch mal thema werden das heißt wenn er sich vielleicht ein bisschen tieferen start gönnt hier 270 260 einfach ein bisschen nach unten anzutäuschen so nach dem oder ich fall noch mal und da fällt aber nicht würde das ganz gut reinpassen hier unten rein dann noch oben in die 365 400 kann mein wochen meinetwegen die woche zu machen dann haben wir auch das erfüllt was mir eingangs der woche gesagt haben wo ich ein bisschen vorgewarnt hatte weil ich mache das nicht mehr mit den verfallstagen wirklich macht das seit wir haben das am anfang immer gemacht ja da möglich jeden verfallstag haben wir immer wieder drauf geguckt die option und wo könnte denn hin stehen und wir ach und am ende war es dann sowas von egal gewesen und das war völlig umsonst die mühe die ich mir jedes mal gemacht habe zu erzählen warum wieso weshalb würde das dann da und da und seitdem mache ich das gar nicht mehr aber ich hatte das bedürfnis weil eben auch ich glaube der eik war es per mail nachgefragt hat und auch ein paar andere nachgefragt haben so mit dieser 16.000 und diesen großen positionen die da liegen dass ich im video einfach das kurz zeigen wollte oder erklären wollte darauf hinweisen wollte dass der markt eben auch guten gerne einfach 400 500 von weg stehen kann das wird überhaupt nicht jucken ja und das hat uns glaube ich recht eindrucksvoll gezeigt deswegen sollte man aber trotzdem den verfall nicht vollkommen ignorieren dann auch nicht unterschätzen wir haben jetzt einen freitag verfallstag und das ding das heißt großer hexensabbat weil die marktteilnehmer das so genannt haben warum haben wir das so genannt die haben das so genannt weil an diesen großen verfallstagen die kurse teilweise wirklich wie bis von geisterhand springen die 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 verzaubert bewegen die sich anders als an anderen tagen das ist auch vollkommen nachvollziehbar und das ist auch richtig weil das ist der einzige tag im monat wo wir wirklich so einen press und einen druck auf ein bestimmtes kursniveau haben an dem mittwoch interessiert das auch keine sau wo der hier Tagesschluss ist da interessiert keine sau wo der 15 30 16 37 30 das interessiert aber am freitag 13 uhr ja oder auch 17 30 da brauchen bestimmte leute den dachs an einem bestimmten niveau damit sie richtig viel 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 kohle machen können ja und das gibt es mehrere parteien und damit der eine verliert muss der andere gewinnen das heißt es gibt die einen die gewinnen und die anderen die wollen gewinnen und damit der eine von den beiden gewinnen muss der andere verlieren und das heißt sie kloppen sich dann darum dass dort ihre position nach eingehen und dann tun die auch versuchen zu drücken stützungskäufe auslassen oder eben auch setzen und das kann schon dazu führen dass ein verfall zack ruppig werden kann ich habe das mal ein war auch live richtig war ich auch in einem trade drin da ist wirklich der future fast 200 punkte auf die minute 13 uhr einfach durch die gegend gesprungen die cfds haben das gar nicht mit abgebildet der richtige xetra war komplett stehen geblieben und man hatte einfach so ein 200 punkte gap da plötzlich drin zum verfall ne also das ging relativ schnell und dann kam der xetra nachgeschossen haben sich irgendwo in der mitte drin getroffen und das innerhalb von fünf oder sogar 15 minuten ja da war man richtig stress drin und deswegen sollte man seine verfallstage nie unterschätzen und immer ein bisschen ein auge mit auf dem markt haben weil einfach auf ein bestimmtes timing versucht wird sich hinzuziehen ansonsten können wir festhalten dass wir hier unten unser tief gekriegt haben wir haben uns schön aufgeschossen wir haben schön aufgedreht das heißt die trendfortsetzung an sich ist eigentlich frei er müsste aber drüber er müsste über die 3 30 einfach mal drüber da tut er sich momentan noch sehr schwer sperrt da ganz gut das sollte man jetzt auch erstmal nicht ignorieren das ist ein abwehrzeichen am markt verkauft das niveau ja ähm sprechen wir auch gleich drüber geht aber drüber steigt hinaus kann ich mir gut vorstellen dass er zum freitag dann auch vielleicht den ein oder anderen ein bisschen richtig ins gesicht spucken kann und zwar geht das eher richtung short fraktion ja also diejenigen die ihre shorts halten und die ganze woche eigentlich schon ganz schön angepisst sind die könnten am freitag so richtig was ins gesicht gedrückt kriegen also wirklich was gedrückt kriegen ja da steckt der dax dann einfach mal seinen blanken arsch demjenigen ins gesicht und dann lässt er richtig einen fahren ja und das macht er aber dann hier oben und dann hat man keine lust so wirklich irgendwas noch zu machen vorm wochenende und das nutzt er aus da bleibt er da oben stehen das sieht man sehr 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 häufig ja denkt daran dass das wie immer wir wissen nicht was kommt keiner weiß es ja egal mit welcher technik niemand kann die zukunft vorhersagen es gibt immer bloß möglichkeiten abläufe wieder zu erkennen über ganz verschiedene sachen ja chartanalyse volumen trading egal was ich nutze alles wertet das bereits geschehen aus ja egal ob das eine gesetzte order ist ob das ein katheter kauf ist was was ich aktiv sehe im orderbuch oder warum ob ich nachrichten angucken die sind auch immer rückwärts ja das heißt ich werde nie eine nachricht im voraus zu 100 prozent wissen und wenn ich es weiß wissen es auch andere das heißt ich kriege es immer rückwärts genauso wie eine chartbewegung und das was wir machen ist einfach diese regelmäßigkeit suchen so wie das alle anderen methodiken auch machen ja also selbst wenn ich COT daten alles mögliche was ich nehmen kann ist immer rückwärts das das darf man immer nie vergessen es gibt immer viele Leute die lachen über charttechnik aber es ist genauso ein instrument wie alles andere und jetzt nichts von alledem kann mir die zukunft vorhersagen es ist lediglich ein mittel um mir regelmäßigkeiten aufzuzeigen das ist was alle nutzen egal über welche bandbreite ich eine analyse mache oder mir irgendwie eine hilfe suche es ist immer dieses suchen nach regelmäßigkeiten und eine regelmäßigkeit war zum beispiel für den donnerstag hier mit dieser grünen stundenkerze hier unten oder mit der roten stundenkerze hier oben und habt ihr auch gesehen oben ist nicht gekommen unten ist aber gekommen hätte aber nicht kommen müssen ja das sind dann immer so wenn es dann kommt dann sitzen die leute immer da und sagen martin super prima das hast du das hast du ganz toll gemacht aber das habe nicht ich toll gemacht das ist einfach ich stelle das einfach vor was passiert wie und wo und dann muss der dax das umsetzen entweder der hat da bock drauf der bewegt sich da drin in diesem muster dann sitze ich auch da und dann dann nutze ich das für mich dann probiere ich da einen trade zu setzen deswegen sage ich auch immer zu euch wenn ihr seht der läuft in der erwarteten szenario dann nutzt es für euch aber wenn ihr seht der macht das nicht geht raus und so ist es eben auch jetzt für den freitag auch von dem freitag gibt es einen typischen ablauf oder einen übrigen denn eine solche situation hier gut reinpassen würde aber es gibt keine garantie dass es kommt ja deswegen nehmt das nicht als nur weil das jetzt am donnerstag hier vielleicht mit der grünen stundenkerze und gut geklappt hat nehmt das jetzt nicht als garantie dass der freitag genauso laufen muss aber wenn ihr seht er läuft dann nutzt ihn auch und dann haut er nicht die ganze zeit short rein ja wenn ihr hier oben rumfuchtelt ne also das ist das ist wichtig dieses wahrnehmen einfach wahrnehmen wie bewegt sich der markt das müsst ihr schon selber machen das nimmt euch keiner ab halt ne also auch wenn der ein oder andere da sitzt und gerne von mir hören möchte morgen steigt 300 punkte morgen wird es nicht fallen das ist die art und weise der analyse wie sie sich viele gerne hätten oder wünschen aber es funktioniert dann nicht ne und ja deswegen achtet schöner drauf wie ihr seht seht ihr einen schwachen start 270 bis 250 der dreht wieder auf macht einen hoch über 330 330 wichtig 330 drüber dann kann der bis zum feierabend nach oben durchdrücken wirklich kann um 490 erreichen das kann der guckt ein bisschen hin bei 365 das ist eine kritische stelle wo ein markt komplett kollabieren kann sollte er zum beispiel zum start da dran stoßen und dann umkippen und den ganzen tag nur nach unten dritteln dann kommt auch am nachmittag nichts mehr hoch dann ziehen sie den komplett hier wieder nach unten zurück an die 200 175 bis zum abend ja aber kriegen wir den gleich schwächeren start nach unten rein oder auch von einem abwärtsgap abwärtsgap noch besser 16 365 aufwärtsgap kriegen wir ein aufwärtsgap 16 365 aufwärtsgap er setzt von oben auf die 330 bis 300 auf dreht sich dann wieder drüber und überwindet die 365 dann wäre das sehr bullig und in jedem falle richtung 400 454 94 zu sehen wäre auch kleiner schwacher start der hinten raus gut werden kann und achtet auf das ne er hat hier wirklich die möglichkeit sich noch nach oben lang zu strecken das kann er zum freitag machen wenn er bock drauf hat muss wirklich bock drauf haben hat er keinen bock drauf dann lässt er das hier als kleines doppeltop im kleinen stehen im größeren ist es ein größeres doppeltop dann baut er aus diesem kleinen doppeltop nochmal eine bewegung hier runter an die 2 175 ja deswegen noch nicht zu positiv sehen noch nicht zu positiv sehen und wenn er das dann hier unten nicht gefangen kriegt könnte sogar ein größeres stellen was dann von hier nochmal bis hier nach unten zurück gehen kann und zack 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 aber dafür ist noch zu früh ja jetzt gucken wir uns erstmal an wie kommt der freitag rein wie startet er hier im bereich 2 2 75 2 50 macht er einen rücklauf stellt er den wie geht der 330 um was macht er bei 365 das sind so die kleinen punkte da muss man ein bisschen drauf achten das ist auch nicht schlimm wenn man da nicht live vom bildschirm dazu bei ist oder vorsetzt das reicht auch wenn man ja das rückwärts dann sieht ja also wenn man dann 14 uhr geht das noch genauso was ich sage das geht auch 15 oder 17 uhr noch genauso was ich sage die meisten gehen immer davon aus die müssen das was ich in der analyse sage punkt um 8 umsetzen das ist quatsch ne das ist ja eine tagsanalyse für den tag ja und wenn ich dann sehe okay hier waren da 365 dran war unten wieder zurück auf 300 jetzt wieder über 375 dann long rein würde ich so machen ich darf euch nicht sagen was ihr macht ja punkt okay ich wollte eigentlich noch ein bisschen was zu erzählen zur sentiment interpretation und analyse habe hier sogar noch ein tab schon zurecht gelegt mach mal mach mal für den montag sprechen wir montag nochmal drüber dann wird es jetzt hier nicht zu lang jetzt habe ich mich hier irgendwie ich weiß gar nicht wo ich jetzt zeit verloren habe aber wir sind jetzt bei 10 minuten reicht ich mache hier zu wie gesagt wir haben möglichkeiten nach unten den raus zu strecken hier zweite bewegung kleines doppeltopp zu spielen oder schwacher start klar das wäre klassischer freitag kleiner schwachischer start rein auf die situation wäre das klassischer freitag ja ein bisschen bisschen hoch bisschen zurück unten antäuschen früh am morgen unten antäuschen und dann oben raus drücken bis der letzte richtig die pupse ins gesicht gedrückt kriegt von denen die schuhe drinnen sitzen ja also ich wünsche euch was gutes gelingen und schon mal schönes wochenende bin ich überhaupt richtig doch es ist freitag ich musste nochmal gucken also ja dann schönen freitag und schönes wochenende macht's hübsch tschüss lasst es ist kreis die in kreis von Vielen Dank.